Hi, hier ist deine PTA in Love Week am 1. Dezember. Wir liefern dir deine News der Woche für die Arbeit in der Apotheke. Die verschärften Corona-Regeln sorgen für lange Schlangen vor den Apotheken. Ohne digitalen Impf- oder genesenen Nachweis geht in einigen Bundesländern nichts mehr. Das ruft FälscherInnen auf den Plan. Und so heißt es für Apothekenteams genau hinschauen. Denn bei konkreten Verdacht, dass ein gefälschter gelber Impfpass vorliegt, darf auf keinen Fall ein Zertifikat ausgestellt werden. Sonst können sich PTA selbst strafbar machen. Wie eine aktuelle Aposcope-Umfrage zeigt, wurde bereits vier von zehn KollegInnen ein vermutlich gefälschter Impfpass vorgelegt. Zu erkennen sind die Manipulationen unter anderem an zu kurzen Impfabständen, den Etiketten, dem Stempel und der Chargen-Schreibweise. Da vermehrt Fälschungen vorgelegt werden, rät die Berliner Apothekerkammer den KollegInnen im Notdienst keine digitalen Nachweise auszustellen. Schließlich kann die Echtheit nur schwer verifiziert werden. Ohnehin ist das Ausstellen von digitalen Nachweisen eine freiwillige Leistung und der Notdienst zur Sicherung der Arzneimittelversorgung gedacht. In puncto Schnelltests ist inzwischen jede sechste Apotheke ausverkauft, wie die Kolleginnen von Aposkop ermittelt haben. Nicht nur die Nachfrage ist aufgrund der strengeren Maßnahmen gestiegen, sondern auch der Preis. Chaos gibt es auch bei den Impfstoffen. Während ExpertInnen zur Grundimmunisierung und zum Boostern aufrufen, wird in Praxen die Impfstoffbestellung gekürzt, obwohl genügend Impfstoff zur Verfügung stehen soll. Sorgen bereit sind aktuell auch die neue Virusvariante Omikron, die erstmals in Südafrika festgestellt wurde. ExpertInnen vermuten, dass die Mutation in einem Patienten mit HIV oder einer anderen Form der Immunschwäche entstanden sein könnte. Bisher ist nur wenig über die Mutation, die ein höheres Ansteckungsrisiko, aber mildere Verläufe haben soll bekannt. Die guten Nachrichten kommen zum Schluss. Heute ist unser PTA in Love Adventskalender gestartet. Hinter jedem der 24 Türchen wartet eine tolle Überraschung auf dich. Außerdem geht fit im HV in eine neue Runde. Mitmachen lohnt sich also doppelt. Tschüss! verankt! 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 Vielen Dank.